Guten Tag, meine Damen und Herren. Jeder halbwegs gerade ausdenkende Mensch musste gerade in den vergangenen Monaten feststellen, dass es mit der Parteienpolitik hierzulande ziemlich übel bestellt ist. Leider wird es noch viel übler werden. Seit etwa vier Monaten geht ja hier gar nichts mehr. Sprich, es gibt nach der Bundestagswahl Ende 2017 keine neu gewählte Bundesregierung. Warum wohl? Etwa weil einzelne Parteipolitiker plötzlich von Ethik und Moral überfallen, keine Koalitionen mehr mit andersfarbigen Parteien eingehen wollen? Zu unterschiedlich? Zum Beispiel in Sachen Einwanderungspolitik? Besser gesagt, dem derzeit viel diskutierten Familiennachzug? Ein heißes Eisen ist dies, ja klar. Vor allem für das Volk, weniger für die Parteibonzen. Vielleicht steckt in Wahrheit genau zu diesem Thema noch etwas ganz anderes hinter all den merkwürdigen Regierungsbildungsverzögerungen. Wir wollen aktuell einmal genau hinschauen, welche nicht gerade ungefährlichen Weichen derzeit gestellt werden. Also, warum kommen diese Leute in ihren sogenannten Sondierungsgesprächen nicht mehr weiter? Kann man wirklich nicht? Oder will bzw. soll man noch nicht? Sicher, die nicht gewählte Regierung tut so, als regiere sie zwischendurch. Dann passieren solche pikanten Patzer wie kürzlich bei der Glyphosat-Zustimmung Deutschlands für die neue EU-Verordnung. Wir mussten lernen, der gesundheitsgefährdende, hochgefährliche Unkrautvernichter Glyphosat darf für weitere fünf Jahre auf den Feldern Europas eingesetzt werden. Dank des Einverständnisses durch CSU-Landwirtschaftsminister Schmidt, dem man einen Alleingang unterstellt. Alleingang? Bei einem solch wichtigen Thema? Oder etwa eine Theatervorstellung? Ein Ablenkungsmanöver vielleicht? Natürlich sei man, wie es offiziell heißt, in Berlin verärgert gewesen. Dann schaute die mit den so wichtigen GroKo-Sondierungsgesprächen arg überlastete Kanzlerin kurz streng und rügte dem Minister öffentlichkeitswirksam. Damit hatte sich die Sache aber auch schon. Herr Schmidt und Frau Merkel regieren unverdrossen, ungewählt weiter. Und das Glyphosat-Gift zeichnet unserer aller Zukunft. Aber zurück zum Thema Einwanderungspolitik, was derzeit an echtem Zündstoff in Straßburg und Brüssel in Sachen Familiennachzug vor allem für Deutschland hochgekocht wird, wollte man in Berlin angeblich nicht bemerkt haben. Dort schwadroniert man seit Monaten von einer Obergrenze für Flüchtlinge. Und jetzt meldete Deutschlands Leitmagazin, Leit natürlich mit T, Leitmagazin Nummer 1, der Spiegel, in der dritten Kalenderwoche 2018 mit betroffener Stimme wörtlich. Europäisches Parlament, mehr Flüchtlinge nach Deutschland, wird gefragt. Und dann heißt es wörtlich weiter, Unionspolitiker warnen vor neuen Regeln für Asylbewerber in Europa. Die Bundesregierung fürchtet, dass Deutschland durch neue Asylbestimmungen in Europa deutlich mehr Flüchtlinge aufgebürdet werden könnten. Deutlich mehr jedenfalls als die offiziell verkündete Obergrenze. Denn während die GroKos, Merkel, Schulz und Co. der deutschen Öffentlichkeit bereits im Oktober 2017 eine Einwanderer-Obergrenze von knapp 200.000 pro Jahr verkauften, geht es in Wahrheit um völlig andere Zahlen. So heißt es beim Spiegel weiter. Hintergrund sind Änderungen, die das Europäische Parlament an Gesetzesinitiativen der Kommission zur Reform der Dublin-Regeln vornehmen will. Danach soll nicht mehr automatisch das Land, in dem ein Flüchtling die EU erreicht, für dessen Asylverfahren zuständig sein, sondern unter Umständen das Land, in dem Angehörige des Bewerbers bereits leben. Der Spiegelautor zitiert einen Vermerk des Bundesinnenministeriums dazu, Zündstoff, wo es heißt, dadurch müsste Deutschland erheblich mehr Asylsuchende aufnehmen und Obergrenzen würden, so wörtlich, zunichte gemacht. Ich müsste Deutschland erheblich mehr Asylsuchende aufnehmen. Obergrenzen würden zunichte gemacht. Die Frage ist, wusste man bei der CDU-CSU etwa bereits im Vorfeld von den EU-Änderungen, die hier vom Spiegel berichtet werden. Denn interessanterweise hieß es im Oktober 2017 im sogenannten Einigungspapier zur Obergrenze, sollte das oben genannte Ziel wieder erwarten, durch internationale oder nationale Entwicklungen nicht eingehalten werden können, werden die Bundesregierung und der Bundestag geeignete Anpassungen des Ziels nach unten oder oben beschließen. Geeignete Anpassungen des Ziels nach unten oder oben. Es kommt aber noch besser. Der Spiegel meldet so dann erstaunlich offen, besondere Sorge bereitet den Innenexperten, dass nach den Parlamentsvorschlägen wörtlich faktisch die bloße Behauptung einer Familienverbindung ausreichen soll. Im Ergebnis, so heißt es weiter, würde ein Mitgliedsstaat, in dem sich bereits zahlreiche Ankerpersonen befinden, für weitreichende Familienverbände zuständig. Also, im Klartext genügt es demnach, dass ein einwanderungswilliger Migrant, woher er auch immer kommt, nur behaupten muss, er hätte Familienangehörige in Deutschland. Da wird nichts überprüft, schwupps ist er drin. Brüssels Segen ruht darauf. Tja, das Maß an zurückliegenden Erfahrungen, nämlich, dass seit 2015 Hunderttausende beziehungsweise Millionen Migranten nach Deutschland eingewandert sind, davon etliche ohne Pass, die auch nicht selten falsche Alters- und Namensangaben machen und von denen sich erfahrungsgemäß etliche unter gleich mehreren Identitäten ins Sozialsystem einschreiben ließen und gleich auf mehreren Ebenen beziehungsweise mit mehreren Identitäten umfangreich abkassieren, ist offenbar noch nicht erreicht. Wie viele 10.000 Terroristen derweil hier unkontrolliert untergetaucht sind, wollen wir an dieser Stelle gar nicht erst diskutieren. Der Spiegelbericht liefert auch den Worst-Case-Freihaus mit, für alle diejenigen, denen das Selbstdenken immer noch schwer fällt. So zitiert man den parlamentarischen Innenstaatssekretär Ole Schröder mit dem folgenden Satz. Wenn jeder der über 1,4 Millionen Menschen, die seit 2015 in Deutschland Asyl beantragt haben, zur Ankerperson für neu in der EU ankommende Schutzsuchende wird, reden wir über ganz andere Größenordnungen als bei der Familienzusammenführung. Zum Thema neue Asylregeln heißt es beim Spiegel weiter. Pikanterweise hätten auch EU-Politiker von Union und SPD diesen Vorschlägen zugestimmt. Darunter Strauß-Tochter Monika Hohlmeier, also GroKo-Parteilinge, wie bei der Glyphosat-Entscheidung und dem CSU-Minister Schmidt. Deutschland wird also dank der Zustimmung von Politikern der sogenannten christlichen Parteien mit weitaus höheren Migrantenzahlen konfrontiert werden, als man es in der öffentlichen Diskussion bislang zugeben wollte. Weitere Informationen zu zusätzlichen dubiosen Vorgängen finden Sie in den Links unten. Meine Damen und Herren, ob Deutschland bzw. die Menschen hier das alles noch verkraften können, wird man sehen. Zwar muss noch der Europäische Rat zustimmen, aber das wird schon. Alle tun wie Tulpe und zack ist das Ding durch. Kennt man doch schon längst. Hauptsache, die GroKo steht bald wieder. Übrigens laut Bild Online können jetzt ab März 2018 alleine 390.000 in Deutschland lebende Syrer ihre Familien hierher holen. Nicht nur die Kernfamilie, sondern, wenn gewünscht, den ganzen Clan. 390.000, die bereits ein von Deutschland erteiltes Visum zur Familienzusammenführung erhalten haben. Nur aus Syrien. Außerdem genügt, wie bereits erwähnt, bei allen anderen Einwanderungswilligen die bloße Behauptung einer Familienverbindung, um im deutschen Sozialstaat aufgenommen zu werden. Es sind schon Hunderttausende hier, sagt der ehemalige Fokus-Money-Journalist Oliver Janich. Und sie können jetzt Millionen nachholen. Unionschefin Merkel lässt weiterhin die Grenzen offen, denn Fakt ist ja, dass der Steuerzahler vorwiegend widerspruchslos für alles aufkommen wird. Guten Tag.